Was ist eine Gegenstromanlage? Wenn du sportliche Aktivitäten und ein intensives Training liebst, ist eine Gegenstromanlage die perfekte Lösung für dich. Dank dessen kannst du den Pool nicht nur zum Ausruhen und Entspannen nutzen, sondern vor allem für dein tägliches Schwimmtraining wie in einem Olympiabecken. Der Wasserstrahl, der mit einer Geschwindigkeit von 55 bis 80 Kubikmeter in der Stunde aus der Anlage schießt, lässt dich trotz seiner hohen Krafteinwirkung an Ort und Stelle schwimmen. Kann ich die Wärmepumpe und die Gegenstromanlage im Pool später installieren? Die Entscheidung über die Installation einer Gegenstromanlage sollte vor der Lieferung des Pools getroffen werden, da die Front der Gegenstromanlage im Schwimmbecken montiert werden muss. Wo wird die Gegenstromanlage installiert? Die Gegenstromanlage wird am besten an einer Stelle montiert, wo ausreichend Platz zum Schwimmen vorhanden ist. Meistens ist es die Seite gegenüber der Treppe. Dort ist der optimale Punkt für eine Montage einer Gegenstromanlage. Der Abstand zwischen Düsenaustritt der Anlage und dem Wasserstand sollte mindestens 25 Zentimeter betragen. Welchen Stromanschluss benötigt die Gegenstromanlage? Damit die Gegenstromanlage richtig funktioniert, benötigt sie standardmäßig eigenen 380 Volt Anschluss. Auf Wunsch kann auch eine 230 Volt Stromanlage bestellt werden. Jedoch ist die Variante der Gegenstromanlage bei 230 Volt deutlich schwächer. Kann die Stärke der Gegenströmung eingestellt werden? Ja, über einen speziellen Drehknopf an der Düse kann die Stärke Richtung und Form der Strömung eingestellt werden. Was beeinflusst die Verbrauchskosten der Gegenstromanlage? Die Kosten für die Verwendung der Gegenstromanlage hängen von der Häufigkeit der Nutzung und vom Strompreis ab.